Shut up, John. Also, in der Kiste ist nichts mehr, ähm, hatten wir wirklich so wenig in der Kiste letztes Mal? Äh... Ja, ne? Äh... Ich nehme jetzt noch, ähm... Welches Simarakter hast du? 33. Dann hast du alle. Ich auch alle. Ich wollte nämlich gerade sagen, unsere ganzen Simarakter sind alle weg, aber... Puh, das war jetzt ein Schock gewesen. So Leute, ihr hört es, es gibt keine Musik, ich muss kurz Musik anmachen. Musik, Musik, Musik. Oh, wir haben ein Problem. Also, ich habe jetzt... Jetzt habe ich Paranoia, dass wir die sehen. Oder dass wir die treffen. Alter, habe ich auch. Ich schwöre. Aber es ist mir fast egal. Wir dürfen uns... Man sieht eh keine Namen. Du musst gar nicht sneaken. Man sieht eh keine Namen. Ach ja, aber wir dürfen... Wir müssen trotzdem, äh... Ich würde sagen, wir trennen uns nicht mehr. Wenn wir mit anderen auf dem Server sind, dann bleiben wir zusammen. Komm. Ja. Ab nach unten in die Hülle. Ja, warte, ich komme. Haben wir denn jetzt alles schon, äh, einigermaßen so, dass wir uns wärmen können? Ja, ne? Joa. Ich habe Lava, ich habe ein Feuerzeug. Feuerzeug, Lava, da habe ich auch, muss ich auch mal hin tun. So, habe ich jetzt hingepackt, okay. Wo bist du runtergegangen? Ich bin hier. Okay, gut. Soll, du hast Blöcke hinterlassen. Ja, mein Inventar ist voll. Okay. Wo gehst du hin? Also, wir müssen noch eine Wand weiter. Ach ja, okay. Also, wir müssen, wenn wir jetzt bis, bis für Montag aufnehmen... Lass mal richtig tief graben. Je tiefer wir sind, desto besser ist es eigentlich. Oder nicht? Okay. Okay. Okay, dann lass uns hier einfach geradeaus. Also, hier, bis hier hin. Und dann... Okay, bis dahin müssen wir. Also, hier in unsere Base hin machen. Hast du die Kiste abgebaut? Nö. Lol. Ich habe ja keinen Platz im Inventar. Nicht ein bisschen. Ach so, warum hast du denn nicht gesagt? Hätte ich die mitgenommen. Ich hole sie. Ich komme mit. Ich habe Angst. Ich habe echt Paranoia jetzt. Alter, weißt du, wie lange weit wir jetzt nochmal hoch müssen? Warum hast du nichts gesagt, ey? Äh, weil ich dachte, das wäre nicht so schlimm. Wir haben ja eigentlich genug Holz. Gott. Jetzt habe ich echt Angst. Ich witte mit dir, wir krepieren. Hundertprozentig, oder? Voll Angst davor. Nein. Oh, erster Kampf. Sagt Julia in der Aufnahme, äh, in der Gruppe. Ja? Ja. Sieht so aus. Machst du sehr schön. Danke, ich bin halt cool. Ich helfe dir sogar noch dabei. Naja, aber du bist unfähig, deswegen nehme ich alles. Sag, Gesten habe ich jetzt. Hey. Oh Gott, ich habe so Angst, dass die kommen, ne? Den Scheiß können wir liegen lassen, das brauchen wir nicht. So, komm. Ja, komm. Ich laufe. Ganz tief. Ich glaube jetzt, vor allem die müssen ja auch auf der richtigen Höhe sein. Warte mal, sind das jetzt zwei Ränder gewesen? Ja, bis hier können wir bauen. Hier. Hier? Genau. Das sind die nächsten, das sind die nächsten zwei Etappen. Okay, dann lass uns hier unsere Basel machen. Ich würde sagen, wir gehen aber noch ein Stück weiter nach rechts. An den Rand. Lass mal ganz an den Rand graben, okay? Ja. Zack, 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 zack. Guck mal, ich farm, du sammelst alles ein, das klingt fair. Yeah. Also, das kommt uns aber auch wirklich nur von zwei Seiten entgegen, ne? Wofür ich weiß ja. Okay, gut. Oh, warte mal. Was ist? Hier ist ein Gang. Hast du den? Ach ja, den hast du gebastelt. Okay. Alter, mach mich nicht alle. Ja, ich hatte gerade auch Angst. Zack, 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 zack. Ich geh mal auf Erde, oder? Oh, oh. Klar, mit dem Feuerzeug funktioniert das auch. Ich wüsste, ich könnte schlagen, das wäre so geil. Ja, das hätte was, ne? Ja. Du wolltest dir da die Zeit im Blick, dass wir die Parts genau Zeit geben. Ja, wir sind jetzt bei fünf Minuten, gleich. Vier Minuten. Nice, nice, nice. Okay, hier, ist dein Inventar auch voll? Ich höre dich nicht mehr auf... nichts mehr aufnehmen. Ja, mein Inventar ist auch voll. können wir aber noch mitnehmen die wolle kann ich wegschmeißen kohle 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 haben wir gefunden ja hier ist noch eisen das kann man auch noch mitnehmen so kohle 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 ja gibt voll dickes zeug also wir müssen an ron die bondi hast du den wassereimer hast du eigentlich die letzte runde jetzt hier gewonnen dieses hast du die letzte runde minigames gewonnen die kommt erst am montag und wo bist du alter warum kriegst du dich so weit nach vorne lass uns doch erstmal hier abgraben oder nicht was willst du ich dachte wir nehmen das alles mit hier cobblestone können wir noch auch einlösen die dinger hier auch das ist egal was wir fahren hast du recht ich wollte jetzt einfach folge dir bis ans ende der welt die macht mir angst aber wenn wir kohle sehen dann nehmen wir es mit kommen dir vorwärts zack 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 und schon wieder voll das unglaublich du trinkst du trinkst so viel zuckerrohr weiß ich gar nicht hier sind übelst viele zombie geräusche na schreibt einer das macht ja alles hier ist die an hier ist hier ist die ecke das kommt uns doch von mehreren seiten ja lol mir geht weg ich habe angst dann lass uns doch hier in die ecke koordinaten die gibt es ja nicht lustig aber wenn wir genau eine ecke ist das eigentlich das dümmste versteck aber weil die werden jede ecke abgucken nein das hat ja guck mal wie lange das gedauert hat alleine von vom fast vom rand bis hier hin zu graben hat schon ziemlich gedauert also ich denke schon dass das hier ganz funktionieren wird das sind doch zombies die höchste ja irgendwo hier aber da können wir uns ja gleich nach angucken kommen jetzt hier unsere base entbauen bitte na gut das sieht man nicht dass wir hier schon waren gute idee so unsere base eine farbe grün-pink bestreift das ist gut so das loch will ich zu das macht mich kirre so ähm ich mag das nicht so ich hab so angst ich will nicht dass wir verlieren ich will nicht sterben das ähm ich brauch ne kiste nur wenn ich schnüge nicht hab' ich so weg 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 das brauch ich Hast du einen Wassereimer? Ja. Gib mir den mal. Warum? Damit ich... Oh, hallo Willi. Ähm... Wer ist Willi? Du hast Willi gespawnt. Achso. Du Vogel. Ich so, wer ist Willi? Oh Gott. Wer ist Willi? So. So, also was war jetzt? Ähm, ich wollte den Wassereimer, damit wir so vielleicht ein kleines Feld machen können. Ähm, Erde hattest du ja, ne? Erde haben wir nicht. Gut. 64, glaub ich. Ach gut, gib her. So. The fuck? Was war das? So, den Wassereimer bitte. Oh, ich hab zwei sogar. Echt? Hm, hier, Dreh. Fällt mir grad so oft, dass ich zwei Wassereimer hab. Gib mal weiter. Nein, nein. Hey, dann können wir doch eine unendliche Wassereimer machen. Stimmt, hast recht. Dann beide, hier. Danke. Ähm... Ich glaube, du jetzt nicht failst, die unendliche Wasserquelle ist alles gut. Hey, unendlich Wasser. So. Gib mir einen einmal wieder. Ich brauch einen einmal. So, einer für dich. Dann machen wir uns jetzt mal eine Farm, weil die anderen... Lol. Ich hab ihn wieder. Dann machen wir uns jetzt mal eine Farm, weil die alle gesagt haben, ähm, hey Leute, hier, macht euch mal eine Farm. Lass dir auch nochmal eine machen. Ist das eine gute Idee? Ja. Also die anderen haben auf jeden Fall Farmen, haben die gesagt. So. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon mal. Jetzt kann ich... Hast du denn noch Samen? Ich hab nämlich gar keine Samen. Ja, ich hab noch acht Seeds und in der Kiste sind noch Pumpkin Seeds und, äh, das war's. Aber Seeds sind eigentlich das Wichtigste. Aber damit können wir Tiere füttern und Co. Zack, 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 zack. Achte mal bitte auf Geräusche. Wenn die hier kommen und uns töten, dann was... Ja, das bin ich. Ich weiß. Deswegen ja. Äh, zack. Ähm. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Weg mit dir. So. Jetzt haben wir hier... Kann ich mich hier wohingraben? Du und deinen Grabzwang. Ohne Witz. Ich will halt was entdecken. Als ob die jetzt hier sind. Pass auf, du entdeckst gleich die meiner. Das wäre wohl lustig. Nein. Hast du Holz? Ich hab schon. Oh man, ich hab so Angst vor denen. Ach, geht schon. Aber ich finde, das ist schon ein komplett anderes Gefühl, wenn man jetzt die... Ja, also wenn man nicht mehr alleine ist, das ist ein ganz anderes Gefühl. Und was bringt es uns eigentlich, so viel Eisen zu sammeln? Irgendwann reicht's auch einfach. Ja, wir haben schon so viel Eisen. Schon mega unnötig. Okay, nächste Folge können wir kommen. Nein! Was hat er mir gesagt? Achso, die brauchen ja jeweils einen Platz zum Wachsen. Fuck. Hä? Eins zieht es weg. Wo ist der hin? Den hast du eingesammelt. Du hast einen Pumpkin-Samen eingesammelt. Hab ich nicht. Du nixst. So. Brauchen wir überhaupt noch Eisen? Wir haben doch eigentlich schon alles, oder? Ja, also an Eisen wird uns das jetzt nicht... Du musst nicht so ein Eisen-Ding machen, wo man dann auch entscheiden kann. Gibt's nicht sowas? Ähm. Nö, ich wüsste jetzt spontan nur, ähm... ...den Enchanting-Table, den wir mit Lava und... ...dafür brauchen wir Diamant-Axt. Eine Diamant-Axt. Aber es gibt doch auch so ein anderes Table-Ding. Oh. Auch Sachen reparieren kann. Amboss oder so war das doch nicht. Achso, ja, aber... ...das bringt uns relativ wenig. Kann man natürlich auch verzaubern? Ähm, ja. Hm, ähm, ja. Äh, nee, ich verzauber. Also doch, du kannst damit Sachen verbessern, ja. Ich kann einen Block of Iron bauen. Und einen Kaul drohen. Äh, deine Sprachkenntnisse. Die sind doch gut, oder? Ich hab jetzt übrigens unser komplettes, ähm, ...knochenmehl hier erstmal in unsere Farm gepumpt. Okay. So. Ähm, wir haben acht Weed. Weed? Ich hab die Waffen auch jetzt alle schon auf den Schnell-Zugriffs-Zugriffs-Dingern. Ich hab noch zwei Steaks und zwei Raw Steaks, äh, drei Raw Steaks. Dann kann ich die auch... Drei Raw Steaks. So. Pack die mal da oben links in den Ofen rein. Ähm, für Picks brauchen wir Karotten. Wo haben wir denn unsere ganzen Seeds? Wir haben doch letztes Mal von vielen noch gehabt. Jetzt ist noch eine weg. Fuck. Dann müssen wir wirklich... Ich bin nur Skelette. Dann lass uns mal auf den Weg zu einer Base machen. Wir brauchen doch nichts mehr zu essen, oder? Eigentlich nicht. Absolut, wir auch noch. Nee, es geht ja nicht mehr ums Essen, aber wenn du jetzt mal Willi spawnst. Zack. Ähm, und dann mal anguckst, für was wir Redstone holen können. Hier für, ähm... Warte. Für Weed. Für Zehn Weed. Für Melonen. Für Pumpkins. Ja, aber warte, warte. Wir können für Weed, für Melonen, für Kürbisse, für Kakaobohnen, für Karotten und für Kartoffeln und für Zuckerrohr und für Leder und für weiße Wolle können wir alles für Smaragda einsetzen. Warte, du hast auf dem Weg die Dinge weggepackt, ne? Die Wolle. Ja, hab ich. Ja, weil 32 Wolle ist eins Smaragd. Ja, das wusste ich nicht. Habe ich weggepackt. Egal. Okay, lass uns dann erstmal hier. Lass uns mal zusammen weitergraben. Zusammen weitergraben? Ja. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, mit dir zu graben. Mit mir zu graben? Wir können Sachen angraben. Das macht mir ja so Angst. Okay, ich habe 50... Also das war, glaube ich, unser größter Fehler am Anfang, dass wir keine Farben gemacht haben. Ich glaube, wir sollten die Smaragda nicht in die Tour tun, oder? Ne, nimm mit. Hälfte gibst du mir, Hälfte behältst du. Ja, okay, komm. Du hast einen Halt dran? Ja, hab doch die Hexe gedroppt. Ach ja, okay. Hier, warte, die Hälfte für dich. Da. Danke dir. Jetzt fühle ich mich sicherer. Ich nicht. Komm, high five. Oh, muss mein Schwert hin? Ist dir ernsthaft sicher, dass du jetzt hier geradeaus so einen Gang graben willst? Ähm, siehst du, jetzt haben wir Kohle. Ja, das ist gut, aber ich habe Schiss, dass gleich wirklich welche kommen. Ich wünschte, wir können uns einen Charting-Table bauen, aber können wir nicht. Ja, wir haben noch nicht... Also das war unser einziger großer Fehler, den wir am Anfang gemacht haben, die Farben. Wir haben keine Farben. Wir haben die Farben unterschätzt. Welche Farben? Mit der man... Oh, warte mal. Hast du dich hier lang gegraben? Äh, nein. Hier ist eine Höhle. Ernsthaft? Ja. Lol. Witten, da waren schon welche? Nee, hier sind... Dafür ist hier noch zu viel Eisen und so. Hier ist auf jeden Fall ein Skelett. Das hole ich mir jetzt auf jeden Fall. Was auf, laber, laber vor dir. Ja, das habe ich schon zugemacht. So. Jetzt haben wir nämlich wieder mehr Knochenmehl. Den Creeper für Schießpulver. Weil dafür kriegen wir... Das hat sich erledigt. Das hat ja wunderbar geklappt. Ja, aber hier ist noch ein... Hier sind noch zwei Skelette. Drei Skelette. Gut. Oh, Alter. Hier zieht sich das. Oh, äh, Spinne. Schlacht beginnt hier gerade. So, wir müssen auch die erste Folge jetzt hier gleich schon beenden. Ja, ich habe ja gerade eine Zombie-Armégie nicht kennengelernt. Das machst du gut. Ich bin stolz auf dich. Ja, mach weiter so. Ich kann sowas. Ich bin gut. Okay. Wir haben auch Angst. Keine Sorge. Noi. Lol. Hier oben ist Gras. Ja, wo, 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 wo? Hier oben ist Gras. Ach, da hinten bist du. Ja, wir müssen die Folge trotzdem jetzt beenden, mein Freund. Ja, hier könnten wir natürlich Bäume finden eigentlich noch sogar. Gut, dann machen wir das gleich. Wenn wir die nächste Folge anfangen. Okay. Oh, ich würde das mal sagen. Bis schon Folge 10. Kommt ja doch. Die nächste Folge ist 10. Oh Gott. Schon. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.